Kann ich meine Rente beantragen, wann ich es möchte? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Wir haben wieder eine interessante Anfrage bekommen auf RentenBescheid24.de. Folgender Sachverhalt. Ich werde demnächst 63 Jahre alt, ich bin gesund. Meine Lebensumstände gestatten es mir, dass ich noch nicht über meinen Ruhestand nachdenken muss. Und zwar wegen dem Nachlass meiner Eltern muss ich mir finanziell überhaupt keine Sorgen machen. Ich habe gehört, dass ich spätestens beim Erreichen der Regelaltersgrenze meine Rente beantragen muss. Ich möchte dies eigentlich noch nicht. Aus steuerlichen Gründen. Grundsätzlich ist es so, dass Sie selbst entscheiden können, wann Sie Ihre Altersrente beantragen. Und vor allen Dingen, ob Sie Ihre Altersrente beantragen. Es gibt wenige Ausnahmen im Sozialrecht, wo Sie gezwungen werden können, eine Altersrente zu beantragen. Zum Beispiel beim Bezug von Krankengeld ist das so oder auch im Hartz-IV-Bereich. Aber grundsätzlich ist es so, Sie sind nicht verpflichtet, zu irgendeinem Zeitpunkt eine Altersrente zu beantragen. Auch Ihr Arbeitgeber kann Sie nicht dazu verpflichten, irgendeine Altersrente zu beantragen. Das ist grundsätzlich Ihr Problem und Ihre Entscheidung. Sie werden ca. drei Monate vor Erreichen Ihrer Regelaltersgrenze von der Deutschen Rentenversicherung ein Schreiben bekommen. Da steht drin, Sie können in Kürze Ihre Regelaltersrente beantragen. Da steht das Wort Sie können. Ja, können, nicht Sie müssen. Ob Sie die Rente dann beantragen, ist in der Tat wirklich Ihre Angelegenheit. Ich würde mir das natürlich an irgendeinem Punkt dann auch mal überlegen, ob man nicht dann doch, wenn nicht schon mit der Regelaltersgrenze, dann vielleicht etwas später die Rente beantragt. Denn Sie verlieren ja jeden Monat bares Geld. Wenn Sie Ihre Regelaltersrente erst später beantragen als zur Regelaltersgrenze, bekommen Sie pro Monat späteren Rentenbeginn einen Zuschlag von 0,5%. Das macht, wenn man das jetzt zum Beispiel ein Jahr später beantragt, die Regelaltersrente, 6% Zuschlag auf die Rente aus. Aber damit machen Sie natürlich den Rentenverlust für die Zukunft dann nicht mehr wett. Es ist immer ein Spiel mit dem Taschenrechner. Einfach mal gucken, ob es sich lohnt oder nicht. Sie können auch gerne mit 80 Ihre Rente beantragen. Es schreibt Ihnen keiner vor, wann Sie Ihre Altersrente zu beantragen haben. Ausnahmen habe ich gerade kurz zitiert. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.